Und nun sehen Sie die neun Teilnehmer im Superfinale über 3000 Meter der Männer. Startposition 1 mit der 148, 13 Punkten auf Platz 6 der Titelverteidiger aus der Niederlande von der Niederlande, Riek van der Waal. Mit 8 Punkten auf Platz 9 aus Lettlande. Herzlich Willkommen Roberto Bukiti. Mit der 118, 118 mit 8 Punkten auf Platz 7 von Franz aus Frankreich, Sébastien Lepaupe. Mit der 116, der 116, 156, 26 Punkte auf Platz 3 von der Russian Federation für die Russische Föderation. Fladimir Grigore. Die 116, 146 mit 21 Punkten auf Platz 5 von der Niederlande für die Niederlande, Nils Kerstol. Die 117, die 117, 147 mit 23 Punkten auf Platz 4. Die 117, 156, 157, 157, 157, 157, 158, 158, 158, 159, 159, 158, 159, 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 Die 155, 155 mit 55 Punkten auf Platz 2 von der Russian Federation, die russische Föderation Simon Elisrator Und die 136, 136 mit 8 Punkten auf Platz 8 Represente in Italy, für Italien, Juvie Confortona Go to the start Ready Ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.